Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal, Erdinteroblox, dem besten Roblox-Kanal auf ganz YouTube Deutschland. Wir machen heute 10 der Gifts auf, die es hier im neuen Update gibt. Hier, hier, hier. Ich hoffe natürlich, dass wir hier die ziehen werden. Dafür machen wir den nämlich auf und wir starten hier direkt rein. Nein, mal schauen, was ich da ohne. Oh mein Gott, wir haben direkt den Lauch gezogen. Genau das, was ich haben wollte. Aber wir machen natürlich weiter mit dem nächsten Gift. Als nächstes Gift zielen wir. Und oh mein Gott, wir haben direkt den anderen gezogen. Wow, wir haben direkt das Ziel des heutigen Videos mit den ersten zwei Giften schon geschafft. Es sind genau die zwei, die ich gerne haben wollte. Und wir machen weiter auf. Das nächste, was wir ziehen werden, ist... Oh mein Gott, das ist tatsächlich ein Ankammen. Das ist richtig, richtig geil. Leute, wenn dieses Video 10 Likes bekommt, machen wir weitere 10 Gifts auf. Aber dann machen wir diese massive Riesengifts hier auf. Bei 10 Likes auf diesem Video. Also liked, schreibt in den Kommentaren. Hashtag jetzt schon an, wie wenn du dieses Video innerhalb der ersten Stunde siehst. Und oh mein Gott, wir haben den neuen Scroller gezogen. Der ist auch ein Ankammen. Das ist wunderschön. Wir haben sogar jetzt schon zum zweiten Mal gezogen. Aber wir müssen natürlich unsere Collection ein bisschen vervollständigen. Und dafür machen wir auch das Ganze hier. Für die Collection. Oh mein Gott, wir haben die Rasse gezogen. Das ist auch ein Ankammen. Wer weiß, vielleicht ziehen wir jetzt ja sogar hier auch raus aus diesen Geschenken ein Legendary. Das ist aber sehr, sehr, sehr gering, die Chance. Und außerdem diesen Blumentopf-Pet gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ah, das nächste Auf. Das ist schon wieder dieses Pet. Das ist auch wunderschön. Also eher dieses Plush ist das. Ist das ein Plush? Ist das ein Toy? Naja, egal. Ich finde das auf jeden Fall super, super nice. Und Leute, ich habe vor, jetzt auch mit anderen Leuten aufzunehmen. Das heißt, wenn du ein kleiner Roblox-YouTuber bist, schreib mir gerne mal in die Kommentare. Und dann können wir auf jeden Fall mal zusammen aufnehmen. Und oh mein Gott, wir haben einen Rare gezogen. Das ist ja auch richtig, richtig nice. Und wir müssen das mal eben anerquippen, weil sonst dreht sich die Kamera die ganze Zeit. Wir machen weiter mit dem nächsten Geschenk. Und oh, wir haben den liebes Brief gezogen. Ist es auch wunder, wunderschön. Zwei Gifts fehlen noch, bis wir alles offen haben. Das nächste Gift ist schon wieder der Scroller. Egal, wir machen weiter mit dem nächsten und letzten Gift, Leute. Daraus muss jetzt noch was Geiles kommen. Und oh mein Gott, wir haben das nochmal das zweite Mal. Beide zweimal. Das ist richtig, richtig nice, Leute. Like gerne dieses Video. Für mehr, schaut auf meinen Kanal vorbei. Bis dahin, hauen sie rein und ciao, Leute.